Game of Thrones, erste Stattel. Ja, ich weiß. Aber es ist schon hart. Es ist vielleicht ein bisschen zäh am Anfang, weil es halt sehr slow ist. Ja. Aber dafür eine Top-3-Spiele weltweit. Ja, klauzig. Ja, ich glaub. Wenn du da irgendwann dann rüppelst. Lappix, danke für 51 Monate. Liebe. Wo droppen wir? Welcome. Was geht? Äh, Ping. Das ist wirklich crazy shit. Ich job auf jemanden seinen Kopf. Hab ich das gesehen? Nö. Kommt raus. Spitze Sirena, kein Problem. Ich hab nicht gesehen, dass du auf den geschossen hast. Wurde gar nicht angezeigt. Der war doch voll One-Shot, oder nicht? Nee, ich hab den... Ich hab auf jeden Fall ein paar Kugeln getroffen. Mit der PP. Ich bin auf Sheetcrake geschossen. So gut geschossen, Sireni. Jo, okay. Du auch. Das haben wir zusammen gemacht. Double Trouble, oder so. Oh, nee. Oh, nee? Okay. Kann nicht. T-Break hinter dem Ding. Omni-Movement ohne... Nehmen wir uns jetzt auch einiges aus. Oh, nee? 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 Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich warte, ich warte, wir werden bis heute immer noch keine Level richtig angezeigt. Alle sind bei mir Level 40, oder halt 30, also ich hätte nie ein Prestige angezeigt. Geil. Ich brauche 3-Ball. Wirklich ist das geil. How much do you pay? Welches Game kommt? Stalker 2. Ah, wäre eine Miss. Vorurikin zu meinem Wegpunkt. Leitern bieten einen zweiten Weg für einen Wiedereinstieg. Oh, da sind Gegner. Rechts neben dir ist doch direkt einer, oder was ich denn? Was siehst du, was ich nicht sehe? Ich höre das. Der hat doch jemand geschossen. Ich will Trippeln. Kommt's? Oh, hier ist auch ein. Was meinst du mit Cache lernen? Auf dem PC oder was? 90er. Oh my goodness. Sind da Gegner raus? Ja, das sind Gegner. Die nächste andere. Die haben ihn doch gerade gepusht, oder ist das noch das Team? Ja, die haben mich komplett gepusht. Oh, baby. Was hast du gestreamt vorhin, Sireni? Äh, machen so M-I-D-S-Hole-Reddit-Stories. Was? M-I-D-S-Hole-Reddit-Stories. Ich verstehe nur Reddit-Stories. Was ist das, was das erste, was du sagst? Ja, M-I-D-S-Hole heißt es. Und was ist das? Alter, Ripas kann ein Coffee machen. Was? Ähm, Lozat. Ist der Lozat safe hier, also der Shop hier? Ja, ich war da gerade. Ich will noch mein restliches Geld abgeben. Ich habe so Gulag-Geschoppt, ne? Hier ist noch Plattenbox. Ich stichere nochmal den Shop. Danke fürs Sichern. Ist sicher? Kennt ihr das nicht so? M-I-D-S-Hole? Kennt ihr das nicht so? So ein Mocker, wie der Mocker. Ne, ich habe das. Sie sagen dann immer so, bin ich das Arschloch? Das ist immer so eine Headline, zum Beispiel. Bin ich das Arschloch, weil ich meine, das war jetzt die letzte Reddit-Story. Bin ich das Arschloch, weil ich meine behinderte Schwester hasse. Und dann erklären die halt so, warum. Okay, also das ist quasi. Oder entscheidet die Community, ob man, ob er das Arschloch ist oder nicht. Okay, also das ist ein Spiel, das ich auf gar keinen Fall im Stream spielen sollte. Das ist kein, naja, das ist kein richtiges Spiel. Ich nicht, ne? Oh, ich wieder nicht, ne? Ach, das ist scheiße. Ich muss den, ich muss den T-backen. Er hört sich lustig an. Oh, um Welt der. Warte. Du darfst nicht reden, bis Chris dir Reni sagt. Er drückt sich raus, der Hund. Next round wäre ich da. Reapers, hast du Juli gefragt, ob er mitspielen will oder was? Nee. So. Warum sollte ich? Wer ist Juli? Ja, deswegen. Deswegen weiß ich nicht, Juli, warum. Also, das hat ja keiner gefragt. Das ist krass. Ja, Rene. Ja. Löwe, Löwe, Löwe. Wer schießt da gerade alles daneben mit seiner Läge? Trifun ne Kujo. Oh. Anders hier über mir, glaube ich. Oder? Wer schießt da wieder? Ja, komm hoch, Sirena. Ach, Sirena. Juli. Sorry. An's mit Zoggi machen. Wo sind die denn, Mann? Ich habe keine Ahnung, ja. Hier war doch gerade noch jemand. Da hinten landen auf jeden Fall welche beim Loadout. Da landen sehr viele. Bitte sag Sireni, Chris. Bitte. Sireni. Hallo. Ich habe den markiert bei Grün. Da ist er hergeflogen. Hier ist einer. Boah, okay. Braucht man damit eigentlich viel mehr Hits im Warzone als auch im V-Multi, im Wettmesser da? Ja, wahrscheinlich, ne? Es sind auf jeden Fall welche. Es sind auf jeden Fall mehrere, die spielen wieder Geist. Ah, die spielen wirklich safe, Geist. Kommst. 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 Shotgun, Shotgun, Feuer, Shotgun. Warte. Einer ist hier unten. No chance hat der, Pre. Der rennt weg, Chris. Was? Ist hier jetzt noch jemand? Ja, bei mir. 2, 2, 2, 2. Es sind noch 2, hä? Warum sind da 2? Oh, ich bin schon wieder tot. Ich hasse mein Leben. Lieber mir. Ich sehe die Feuersteps durch den Boden. So ein Handicap-Skin. Und dann noch die. Checken wir. Ich habe eigentlich die beste Pose hier, weil ich kaufe sie einfach lieber, I guess. Ey, One-Shot. Nein! Nein, du magst. Hast du Gulag? Drück dich raus, drück dich raus. Ich weiß nicht direkt. Ich habe Gulag, glaube ich. Ja, ich habe Gulag. Slay, Gullypup. Was? Ja, ich habe hier von oben rein. Wie ist denn unten hier? Nee, er ist ja komplett am Campten da. Landet jemand. Landet hier unten. Hast du dich schon geholt, den einen? Nee, nein, nein. Der eine rennt jetzt hier weg. Ich glaube, jetzt kommen die. Oh, rennt auf mich zu. Oh mein Gott, er kommt zu mir. Oh. Aber ich kann hier hochgehen oder so. Ich weiß nicht, was die machen. Die campen da irgendwie nur in diesem Raum. Warum soll ich das jetzt zeigen, so viel Geld zu sammeln in Gulag? Ich kann ja die zappen bei mir. Einer ist auf dem Dach. Okay, der Muni. Alter, habe ich den krass gehört. Das ist krass. Was ist mit dem los, Digga? Was sagt der eigentlich? Der ist Olaf. Wie heißt der? Olaf und ist auch dabei. Nee, wie ist der? Uwe. Okay, Uwe. Ich bin ja Uwe, wenn du da auch dabei. So redet der, Digga. Man ist labert der, Alter. Ich habe das noch nie gehört in meinem Leben. Ich shit die Sippe. Ich würde mir auch Gulag-Token kaufen, wenn ich ihr werd. Just dang, immer du dran, dang Gulag-Token. Wert. Was ist, wenn ich ihr wert? Was heißt das? Wert. Wenn ich du bin. Oh, ich glaube, die habe ich. Der hat nämlich der Gegner gehabt. Aber die kann ich dir gerne geben. Kills, Fabian. Ich kann nicht ganze Runde Babysitter spielen. Du kannst die ja mit deiner eigenen Kaffee machen. Ich steh sie, ich steh sie. King Musa, danke für zwei, äh, zwölf. Ich würde die Auffrein machen, Musa. Ja, oder? Du hast mir mein letztes Kulag-Token benutzen. Das ist krass. Ja, du hast mich verhext. Danke, Musa. Aber irre, dass du dich dran gehalten hast, sage ich. Macht nicht jeder. Das ist gut, dass du es einfach ignorieren hast auch. Ach so, boah, Allah. Der hat auch gar nicht gehört, ich bin einfach so fokussiert wieder auf den Gegner. Hier sind zwei, hier sind wieder zwei. Oh, sie sind tot. Hab ein, einer noch, einer dead. Tschüss. Oh, stark, Reapers. Jetzt ist hier vor der Sirene am Haus. Er sitzt hier oben in der Ecke, ich schau ihn. Nee, er rennt weg, er ist hier hinterm Haus. Er ist sheetcrack, er ist dead. Ach man. Lass mal die anderen zwei da, die sind frech. Die frech, dann komm. Die sind frech im Headlitch. Ey, 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 ey. Der oben drauf, oder? Nee, alle drei unten. Nee, der eine, der landet da hinten am Shop. Und er ist hier vor mir, dead. Also, die time to kill ist so weird. What am I seeing? Eines hier vor mir. Ja, Reapers. Digga, guck mal, was für ein Headlitch der mich gefeiert hat. Komm mal bitte her. Guck mal. Ich schieß den an und guck mal, wo der rein, wo Leute einen Headlitch finden. Das, das, das denkt man gar nicht. Guck mal, er geht weg und dann geht der hier so in den Headlitch. Also, wo Leute Headlitches hinten sind, ist das krass. Das ist wirklich krass. Denen wurde nochmal gekauft. Ich glaube, der hat die SIP gehittet, aber. Die sind Gegner bei mir. Bei mir sind Gegner. Ganzes Team. Wo sind die? Ja. Juli, wisst du eigentlich, ist der René off oder was? Bei mir, bei mir. Okay. Ganz solo, ich würde sagen, er wäre fertig sind. Also, ich bin gerade noch eine Runde zu Ende. Ich bin gerade multi-fair. Okay. Alles gut. Gut. Sehr ja. Aber, Juli, du kennst, ey, Reapers, du kennst doch Juli, oder? Also, ich bin mir ja gerade nicht hundertprozentig sicher, aber. Ich glaube, wir haben mal mit ihm gespielt, als wir den Nuke gemacht haben. Sorry, Serena. Nee. Ja, wie der, wie ist das, Jade, der dich gekillt hat? Ah, nee, Jade, dann. Alter, waren zwei Leute, ich hab jetzt gehört, weil das Game leider sehr leise ist. Absolut, One-Shot. Die sind nicht schlecht. Einer, hinter uns landen welche. Hit-Track. Ja, ich komme zu dir. Ja, die sind auch nicht schlecht, glaube ich. Wir sind hier in der Butze. Einer, Slide, von da hinten. Einer ist One-Shot oben im Fenster gewesen. Ey, Digga, was krieg ich für einen Schäfer? Boah, ist so One-Shot, ne? Ist so One-Shot. Den habe ich. Kein Gulasch-Token? Oh, fuck. Gut, dass auch gar kein Shop in der Nähe ist. Also wirklich gar keiner. Wirklich gar keiner. Nee, da kommt aber jetzt der Zug, den kannst du nehmen. Soll ich den nehmen oder? Achso, okay, so meinst du, ich checke. Du sollst den nehmen, den Zug. Auf Blue. Auf Blue fängst du den Zug ab. Checkst du? Ecke. Du wolltest ihn nehmen, ne? Den Zug. Für uns kaufen. Was sollen denn die Andeute? Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Weint ihr das zweideutig? Nein, gar nicht. Weil ich jetzt halt gesagt habe, ich check mich, ob du so verwirrt hast. Was ist denn los hier? Einfach voll verunsichert. Yippie, ja, 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 Lodi. Nee, kann ich nicht. Wie? Ja, kommt doch jetzt E, oder? Wie? Soll ich kaufen? Dann müsst ihr den Zug anhalten. Dann kaufe ich halt. L, L, L. Da ist ein Auto. Dann kaufe ich, komm. Musst du dich vorne anhalten? Ja. Hinten geht auch, ne? Ich mach. Aui, aui. Wieso? Ich mach das schon. Ja, okay, dann mach. Ja. Besser wird's nicht. Au, wau, 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 wau. Kann man da nicht so ran? Was kostet der rund um 2k? Warte. Ich hole meine Waffen durch den Boden. Ich werde sie nie wiederfinden. Ich werde, die sind unterm Zug jetzt. Ähm, kann jemanden einen P kaufen? Chris? Nee, ich hab das nicht mehr eingestellt. Kann ich nicht. Ich bin fairer, ich bin fairer Spieler geworden. Achso. Was sagst du, ein Feature? Drei Leute hier. Oh ne, oh ne. Es ist das, es ist die OP-Waffe. Welche spielst du? GPR. Hä? Das sind die andere. Ich bin ja gezeigt, dass sie. Wollen wir mal so ein Dings kaufen und auf die droppen? Einfach... Guck mal, hier ist einer. Können wir auch, ja. Ah, nee, warte mal. Die kommen eh, die kommen eh. Achso, du spielst die, ich spiel wieder GPR. Wer hätte er abgeschossen? Ja, von hier, von hier. Wer jemals auf dem Zug? Ey, Mann, wie kommt der denn auf den... Ganzes Team oder so? Hab dich, hab dich. Hab dich. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Seit du dir die Jaffa mir gekauft hast. Die Smoke ist so scheiße. Die Smoke generell ist scheiße. Achso. Sie ist so halb einfach, guck mal, was ist das überhaupt? Ja, das war nicht so optimal. Jetzt vor uns, ja. Irgendjemand snipet auf uns? Überall, überall, überall wirklich hier. Die Mädels sind überall. Die laufen jetzt hier. Der treibt nichts. Ist der rechts oben auf dem Berg oder links gewesen? Links, genau. Rechts und links, es waren zwei, es waren zwei. Ich darf auch an der Muni-Boxen. Okay. Ich hasse das. Überall, überall. Rani? Rechts auch noch rein, da können wir landen. Hier müsste eigentlich doch irgendwo was sein. Ja, ja. Auch der crasht das hier irgendwo rum, vielleicht. Da landet wieder was. Ja, vor mir, vor mir, vor mir. Er läuft, er liegt hier. Nein. Liegt er da? Hier, 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 hier. Hast du mir den echt geklaut jetzt noch? Sorry, Leid. Crazy stuff. Crazy. Crazy. Crazy, man. Crazy, man. Crazy, man, 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 man. Komm, wir pushen den Sterben weiter, damit wir Chris zugucken können. Den besten wir uns wieder. Ja. Ich bin gut. Ja. Und ich jetzt sterbe, deswegen, das wäre crazy. Das ist crazy. Das ist crazy, das ist, ach, nee. Wie lange geht denn diese Smoke, wenn man jemanden knockt? Hat die Lack getroffen? Wenn jemand knockt, ist einfach, es bleibt die Smoke, ist einfach 15 Sekunden oder so. Das ist krank. Oh Gott. Oh my God. Maurice, nicht so frisch. Den besten Spieler der Welt irgendwie re-riven, oder? Nicht so. Einen Shop habt ihr hier. Ja, einen Shop. Ist hier irgendwo so ein Redeploy-Scheiß? Ja, ihr findet mal irgendwie gar nicht mehr. Nee, hab ich noch nie gesehen. Ich hab schon mal gesehen. Ist auch geil. Ich lass mal schon mal in die Richtung laufen. Eih. Shop-Verteilung ist auch kriminell, ja. Ostkartoffel, danke für 16 Monate mit Prime, mein Freund. Was geht? Aus der Zone. Da ist Full House, ne? Oh ja, hier läuft, ey. Ich dachte eigentlich links haben sie grad geschossen. Ich muss hier noch was kommen. Ja, vor uns. Ich dachte hier noch bei dem Haus. Ich würd das gern Panzer knacken. Kannst du raisen? Ich Panzer knacker? Oh shit, voll zu Wasser. Ey, warte mal. Ich weiß nicht. Hinter uns ist das. Ich kann nicht. Ich muss kurz ins Haus. Ich bin hier. Ich präzidee, ich präzidee, kurz. Wir müssen die rund. Du musst so noch rein. Ich hab einen genockt. Ich muss da raus, ne? Ja, ja, ich hab Gas. Ich halte dich. Ist da noch jemand? Ja, ja, ich hab die gepräzide auch. Ich hab einen genockt, aber ich seh nicht, wo er ist. Puh. Vielleicht smoke mal irgendwie und versuch Chris zu holen. Macht auch noch ein anderer. Da. Da. Ich komm zu dir ein bisschen. Reapers hat einen Glock irgendwo am Shop. Smoke dich nochmal. Danke Reapers. Er landet was. Pass auf jeden Zeltwand. Ja, ja, irgendwo close. Ja, ja, ja. Guck grad. Du kannst nur eine Drohne holen oder sowas? Ja. Das mochte ich. Kann sein, dass ich noch gehe. Ich leb noch irgendwie. Er ist da close, die drinnen. Ja, ja, guck mal, wollen wir den mal wegmachen kurz? Ich muss kurz nachladen. Ach doch, es sind noch Truppmitglieder außerhalb der Sicherheitszone. Er ist halt lang gelaufen, ne? Hast du gesehen? Essie rein, Essie rein, Essie rein. Kannst du dich markieren? Grün. Am Zelt einer, der ist Sheeprake. Kann er nicht wallbang, what a freak? Der ist aber fuck. Weißt du was, wir sind da offen, bitte, bitte, bitte. Aber ich weiß nicht, wir sind da offen. Ich, 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 ich. Okay, mach du, mach du. Oh, es sind zwei. Sheeprake, komm zurück. Komm schon. Bei mir höre ich auch was steppen hier bei mir. Pass auf. Wir machen hier gleich den Sneaky Play. Die wollen hinter uns kommen. Pass auf. Bei mir, ne? Bei mir, Gegner. Pass auf. Gleich macht Drohne an. Unter mir. Ich glaube, die sind Wipe hier bei mir. Ja, einer will hier komplett den Sneaky Hasen machen. Sneaky Hasen? Ein Sneaky. Hast du dir gedacht, Chris? Den hab ich. Einer ist hier noch on me. Einer gelangt auf dem Dach. Über uns. Noch, Chris? Der andere ist auf Dach. Einer über uns auf dem Dach, ja. Komm man da irgendwo hoch? Auf Dach und dann noch ein Dreier-Team, schätze ich. Sehen. Das ist der nicht, das ist der nicht. Ja, ne, das ist der rechts, das ist der grüne, grüner Pin. Munibox hier. Für 15 Granaten. Ist der immer noch? Genau da. Ich seh ihn da liegen. Er wird jetzt paniken, jetzt ist er tot. Die anderen sind gegenüber, die anderen sind gegenüber. Ne, jetzt auch. Genau gegenüber sind die. Da unten ist einer. Äh, hier, ja. Und er ist da unten im Dings. Er ist noch in deinem Haus drin, ne? Ich hab zwei Sheet gecrackt mit denen, ey. Zwei Sheet-Crackt, die müssen hier. Und er crossed schon, tot. Wie dumm. Sind die beide da drin? Ich glaub schon. Nochmal einer Sheet-Crackt. Die sind so im Arsch. Öh, einfach voll Platten oder so. Wie hab ich den noch? Du müsstest eigentlich nehmen, wobei Sirenen anliegen. Hab ihn. Der war noch. War das denn? Ah, jubi. Der ist in die Zone gerannt. Irgendwie. Oh, es war meiner, ja. Es war. Durch mein Dings, durch mein Prezi. Also bei mir. Ich hab so eine Spritze gehört. Da hat sich jemand reingespritzt. Also bei mir hat gerade Kuni Kuh in den Chat geschrieben. The real Gotti doing Gotti things riding. Nämlich den Pussy Ass vom Goat reviven. Schreibt der rein. Als du mich gerest hast. Was sagst du dazu? Das ist krass, ne? Also bin ich der Goatie und du der Goat einfach? Ne, ich weiß nicht. Du bist, glaub ich, der Gotti und ich bin der Pussy Ass oder so, oder? Ich check nicht. Also the real Gotti doing Gotti things. Nämlich den Pussy Ass vom Goat reviven. Aber ich check nicht Pussy Ass vom Goat. Ja, dein Pussy Ass von deinem Goat. Ja, doch. Ja, oder so. Ja, ja, irgendwie so. Wurde auf jeden Fall wieder geroastet. Wirst du wieder alleine raus? Wurde auf jeden Fall.